Hallo und herzlich willkommen zum PropFrax Video Tutorial. Ich zeige dir heute, wie du mithilfe des Software Mixers und einer RME Soundkarte eine Rundfunksituation, so wie in einem richtigen Rundfunkstudio mit Rundfunkpult nachstellen kannst. Denn dazu brauchen wir, wie schon gesagt, eine RME Soundkarte, da diese ASIO Direct Monitoring unterstützt und das auch direkt in PropFrax in den Software Mixer mit eingebunden werden kann. Was ist Ziel? Nun, es sollte ja so sein, dass ich, wenn ich meinen Kopfhörer anschließe und dort das Pre-Listen-Signal höre, also entweder den PFL-Player oder die Automation, wie das hier auf diesem Kanal der Fall ist, und ich dann meine Mikrofone on Air schalte, dass die dann und zwar nur dann hörbar sind. Das ist Ziel. Und zwar ohne Verzögerung, sondern genau so, wie es dann letzten Endes auch beim Hörer klingen wird. Das ist allerdings ohne Rundfunkpult nur sehr, 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 sehr schwer möglich. Warum? Nun, billige Soundkarten, so im Bereich zwischen 200 und, sage ich mal, 500 Euro, die zwar auch ASIO unterstützen, haben aber keine Funktion, ein direktes Monitoring zu betreiben. Was heißt das? Bei den meisten Soundkarten hat man so einen Knopf, wo man zwischen Computer und Input so ein bisschen hin- und herschalten kann und dann direkt an der Soundkarte praktisch den Mix zwischen Computer und Input abhören kann. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Mikrofon bei N1, wo ich gerade reinspreche, hier mit den Send-Funktionen oder den Copy-Funktionen in den Mixer-Settings, hier, Output 2, wenn ich das sozusagen jetzt hier mir auch auf den PFL-Kanal kopieren würde mit Send, dann hätte ich eine Latenz und das würde ich hören und dann könnte ich nicht mehr mit Kopfhörer moderieren, weil es ungefähr immer eine halbe Sekunde später, wenn nicht sogar noch mehr, dann auf meinem Kopfhörer ankommt und es bringt jeden Menschen vollkommen aus dem Konzept. Und genau das ist das Problem, weil das Signal praktisch digital abgemischt wird, entsteht eine Zeitverzögerung, die man eigentlich nie rausbekommen wird, aber durch das ASIO Direct Monitoring von RME habe ich die Möglichkeit, das zu umgehen und praktisch dieses immer zu aktivieren. So, jetzt rede ich die ganze Zeit davon, was ist das eigentlich? RME liefert eine Software mit, die nennt sich RME Total Mix und da sehe ich jetzt hier das Abbild meines Firefaces UC von RME. Da habe ich hier oben einmal die Hardware-Inputs, sind acht einzelne Kanäle, also insgesamt vier Stereo-Kanäle und nochmal hier drei Stereo-Kanäle als Outputs und hier habe ich noch meine Software-Playback. So, und wenn ich jetzt hier auf einen Hardware-Output klicke, kann ich für diesen Hardware-Outputs sämtliche Kanäle drauf routen. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel diesen Fader, wo mein Mikrofon gerade dran ist, hochziehen und dann höre ich das hier auf dem Output 3, 4. Also, wenn ich jetzt da zum Beispiel meinen Kopfhörer-Vorverstärker anschließen würde, dann würde ich hier das Signal von meinem Mikrofon drauf hören. Und das kann ich für jeden Hardware-Output-Kanal machen. Jetzt gehen wir zurück zum Radio. So, ich habe jetzt eine Soundkarte mit mehreren Outputs und an einem Output schließe ich meinen Kopfhörer oder einen Kopfhörer-Vorverstärker für mehrere Kopfhörer an. Auf diesem Kanal liegt dann auch das PFL-Signal. Ja, das lege ich dann hier fest. Das heißt, hier habe ich dann die Software, also das Software-Playback, habe ich dann hier drauf auf diesem Kanal. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Kanal 1, 2 und das höre ich ab. Und da möchte ich jetzt dazu aber mein Mikrofonsignal haben. Jetzt habe ich einmal natürlich die Möglichkeit, hier auf den analogen Output 1, 2 zu drücken und hier einfach alle Mikrofone, die ich habe, standardmäßig anzuschalten. Das Problem ist nur, jetzt habe ich für mich als Moderator bis auf eine On-Air-Lampe vielleicht keine Orientierung, wann ist das Mikrofon an, wann ist es aus. Und wenn es immer an ist, ist das irgendwie ein komisches Gefühl. Weil man will ja eigentlich nur dann das Mikrofon hören, wenn man auch wirklich moderiert. Und im PropFlex gibt es jetzt die Möglichkeit, mit einem MIDI-Befehl, dass automatisch die Fader hochspringen oder das Azure Direct Monitoring für einen speziellen Kanal angeht, sobald ich hier einen Kanal unmute, also anmache, hörbar mache. Und wenn ich ihn wieder mute, dann das Azure Direct Monitoring auf einem speziellen Kanal wieder ausgeht. Und damit habe ich eine komplette Rundfunksituation nachgestellt, denn ich habe einen Kanal, auf dem höre ich, was an Musik läuft. Und sobald ich dann einen Mikrofonkanal anschalte, höre ich dann auch mich, aber nur dann, wenn auch dieser Kanal wirklich an ist. Ohne Latenz, ohne irgendwas. So, wie funktioniert das jetzt? Nun, da gibt es in den Mixer-Einstellungen eine Funktion, die heißt, so wie die Funktion bei RME, nämlich ADM, Azure Direct Monitoring. Das geht nur bei den Inputs. Da gehe ich hier zum Beispiel mal bei Mikrofon 1 auf Edit. Dann habe ich hier ADM. So, hier oben habe ich den Mixer-Namen. Und jetzt brauche ich das Azure Direct Monitoring, Hardware Monitoring. Und da wähle ich jetzt einfach den Kanal aus, auf dem ich das Mikrofon später hören will. In dem Fall dann auf dem Kanal, wo meine Kopfhörer liegen. Das wäre zum Beispiel der analoge Kanal 1, 2. Kommt halt darauf an, auf welchem Kanal ich dann PFL eingestellt habe oder diesen Kanal, den ich später haben möchte. Da lege ich das dann mit dazu, sodass Musik und Mikrofon zusammenkommen. Dann kann ich hier noch den ADM-Gain auswählen. Also praktisch die Lautstärke, mit der ADM angehen soll. Jetzt habe ich das schon mal so eingestellt. Das ist dann so konfiguriert. Und jetzt muss ich mir überlegen. Okay, da muss ich kurz den Mixer neu starten. So. Okay, will immer noch nicht. Also es führt manchmal auch ein bisschen zu Problemen, wie man hier ein bisschen sieht. Ab und zu zumindest. Also der Mixer-Ausschlag funktioniert das gerade leider nicht mehr. Starte ich mal kurz die Software neu. Ist vielleicht ein kleiner Bug passiert. Kann mal vorkommen, aber ist nicht weiter tragisch. Auf jeden Fall funktioniert das ASIO Direct Monitoring. So, was ich jetzt noch brauche, ist ein Controller. Und auf diesem Controller muss ich dann auf dem Button, der mein Mikrofon anmacht, einstellen, dass praktisch das ASIO Direct Monitoring beim Drücken dieses Knopfes angeht. Wie geht das? In einem anderen Video habe ich schon erklärt, es gibt die Funktion beim Mixer, dass ich dort Befehle definieren kann, für zum Beispiel On, Unmute oder On, Mute. Gut, das geht ganz einfach. Hier mit Rechtsklick drauf gehen. Dann habe ich hier Edit Control Comments und dann sehe ich auch schon, bei On, Mute habe ich den Befehl Mixer Input ADM Off von N1 und bei Unmute dann eben On. So, jetzt spinnt hier gerade der Kanal. Muss ich nochmal kurz mit Doppelklick reingehen. Dann haben wir das auch gleich. Genau, er spinnt, weil ich habe mein Mikrofon bei 5. So, jetzt ist es wieder ganz normal, so wie es sein soll. Und jetzt zeige ich dir, wie das dann letzten Endes mit dem Controller funktioniert. Achte hier einfach mal auf den Kanal 5 und hier auf den In-Kanal, wenn das verknüpft ist. So, jetzt habe ich hier meinen MiG1-Knopf am Controller bewegt und du siehst, hier der Input 1 ist hochgesprungen und der Kanal bei Analog 5 im RME Total Mix ist auch hochgesprungen. Wenn ich jetzt wieder das Mikrofon ausmache, springt es wieder runter und ich höre auf meinem Kopfhörer meine Stimme nicht mehr. Und so kann ich im Prinzip eine Rundfunksituation komplett nachbilden. Alles, was ich dafür brauche, ist eine gute RME-Soundkarte. Am besten das Fireface oder darüber oder darunter, je nachdem, was man halt braucht zusätzlich. und das Ganze dann hier in PropFrax miteinander kombiniert und einem Controller dazu, habe ich also sozusagen eine normale Rundfunksituation abgebildet. Bei Fragen einfach fragen, ansonsten viel Spaß damit.